Ziel des Umbauprojektes war es, die teamorientierte Kultur, die wir bei Volk pflegen, bestmöglich mit der Infrastruktur und neuen Technologien zu unterstützen. Dabei hat uns Samsung und Flywheel Concept maßgeblich unterstützt, um die Effizienz der Teams deutlich zu entwickeln. Auch dank der neuen Technologien war es uns möglich, den Großteil der internen Kommunikation von analog auf digital umzustellen. Flywheel Concept bietet eine Softwarelösung zur Führung strategischer Projekte. Damit können bessere Lösungen entwickelt werden und bessere Entscheidungen getroffen werden. Der Digital Workspace von Flywheel Concept ist an drei Samsung Displays und das Samsung Digital Flip geknüpft. Das schafft eine ideale digitale Arbeitsumgebung für das Sitzungszimmer der Zukunft. Der grosse Benefit ist, dass alle relevanten Informationen auf drei Bildschirmen dargestellt werden können. So muss man nicht zwischen Informationen umherschalten. Auf dem Digital Flip können wir kreative Notizen erstellen und elektronisch mit dem Team teilen. Wir freuen uns bereits, die nächsten digitalen Räume gemeinsam mit Samsung konzipieren zu können und sie dann den Mitarbeitenden zu übergeben. Musik 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 Musik